guten morgen ihr lieben wir machen heute tüchel nummer zwei auf wieder gelbe abelsteinchen 72 sind so verpackt die kann man heute leider den glanz nicht so sehen wie die schimmern ist dann aber mehr steinchen umgedreht ich habe die anderen steinchen drüben liegen ich muss mal nachher schauen welche frage die farben sehen sich sehr ähnlich durch nachher mal gucken ich weiß nicht schon gar nicht mehr aber wieder sehr schön und ich freue mich auf jeden fall die schon sehr zu verarbeiten auch hier kommen die steine wieder gelber rüber als sie es in wirklichkeit sind also die sind ein bisschen so ja hier auf jeden fall ich sag mal wärmeren gelb ja ich würde sagen wir sehen uns morgen tschüss